Warte mal, Dünenheim. Dünenheim war doch ganz unten auf der Karte, dieses trostlose Ding da, oder? Ich möchte Weltkarte, bitte. Ja, Dünenheim. Gut, dann... Einmal bitte nach Dünenheim. Mal gucken, was wir dort finden. Und was wir dort für die Apothekari finden. Marktplatz. Ähm, Mist. Wo konnte man nochmal... Doch, das war Marktplatz, oder? Der Migratenturm. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ähm... 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 Da, ab nach der hohen Mitte. Ich hoffe, ich habe genügend Roschen dabei. Das wäre jetzt eine Schande, wenn nicht... Man müsste wirklich mal härter durchgreifen. Hm? So, komm... Guten Abend. Sicher doch. Ich möchte nach... Wohin soll ich euch bringen? Einmal nach Dünenheim. Jene Stüpfel verbessert ihre Wirkung, oder fügt neue Infekte hinzu. Okay. So geht's direkt nach Dünenheim. Wie schön. Ups. Jo, ruckel, 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 ruckel. Hm? Wieso gehe ich jetzt wieder in die Pulverwüste? Äh... Ist doch vollkommen egal. Ich möchte es nicht wissen. Aber wahrscheinlich ist das der kürzeste Weg. Aber er ist nicht der schnellste. Da bist du ja. Unser altes Anwesen ist in der Wüste, nordwestlich von Dünenheim. Ist ein guter Fußmarsch, aber schaffbar. Okay. Jesper, guck mit. Und dann latschen wir mal. Nimm dir mal unseren Freund mit. Weil ich mal ein bisschen was kann, ja? Okay. Das Viech ist böse auf mich. Ups. Wildpacks. Gut, gut. Dann können wir ja weiter latschen. Dünenheim war doch dieses Teil, wo die Zauberer dieses Experiment da gemacht haben, oder? War das Dünenheim? Wo ist denn der da? Hier geht es richtig rein. Ah, hier waren wir doch. Was ist denn der? Was ist denn der? Das war's für noch nicht genug. Oh mein Gott. Du hast dir die falschen Feinde ausgesucht, Mädel. Wirklich? Festlederhahnig. Normadenkapuze. Eine Kartoffel. Eine Kartoffel ist gut. Gut. Karotte. Ein Runenschild, ein Silberstarkschwert. Oh. Nichts als Trümmer und Asche. Deinen weisen Eremiten, wie lang ist es her, dass ich hier war? Komm, das Versteck ist nur noch ein kleines Stück entfernt. Hier. Geh mal vor, mein Lieber. Und hier habt ihr euch. Und hier habt ihr euch damals... Das müssen Schürfer sein. Dann hat man unsere Höhle in der Zwischenzeit entdeckt. Komm, wir gehen hinein. Lass mal kurz warten. Ich werde dir beweisen, dass das alles Unsinn ist. Ich habe hier noch ein bisschen Erz gefunden. Ich bin ja auch Schürfer. Na komm schon. So. Hallo? Erstmal? Ja. Ich fürchte, die alte Schattenstau-Mine hat man inzwischen entdeckt. Wäre so meine Vermutung. Ganz vorsichtig gemeint. Ganz vorsichtig. Verlorene. Von den Schürfern sind wohl nicht mehr viele am Leben. Weiter unten, ja. Von einem alten Landherren. Aber Adila und ich waren immer klug genug, die Pforte nie anzurühren. Der rote Wahnsinn muss sie geweckt haben. Oder jemand hat die Tür aufgebrochen. Arme Narren. In Silberstahl stehen. Boah. Ja, geh mal weiter. Glimmerstaub. Wir haben auch nicht mehr viel. Schattenstahlerz. Cool. Schattenstahlerz kann man gut gebrauchen. Hier sieht es ja noch halbwegs human aus. So. Ja. Ich komme erst da. Ich bin nur etwas langsamer. Da hinten. Das ist die Lichtung, von der ich dir erzählt habe. Unser Versteck. Ich... Ich... Puh. Wir sollten nicht gemeinsam hinabgehen. Wenn Adila wirklich da unten wartet und hinter diesen Morden steckt, ist sie unberechenbar. Dass ich mit jemand anderem aufkreuze, könnte sie als Verrat deuten. Halte dich also erstmal bedeckt. Ich werde das alleine lösen. Irgendwie... Irgendwie...